Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den Aufstiegskampf in der Regionalliga West. Ich werde euch zeigen, welche Teams ich so in der Favoritenrolle sehe. Also ich würde sagen, wir beginnen direkt mit Rot-Weiß Oberhausen. Die werden ja von einigen als so ein kleiner Geheimfavorit gesehen, vor allem aufgrund der Personalie Moritz Stoppelkamp, der ja neu gekommen ist vom MSU Duisburg, jahrelang dort in der dritten Liga gute Skowerpunkte gesammelt hat, dann in der Rückrenne allerdings nicht mehr allzu viele Spiele aufgrund einer Verletzung machen konnte. Der ist zurück nach Oberhausen gegangen, hat ja damals in der zweiten Liga auch durchaus vielversprechende Leistung gezeigt, dort so ein bisschen seine Karriere wirklich gestartet. Ist ja danach in der Bundesliga auch viel aktiv gewesen, zum Beispiel Hannover 96 oder Paderborn. Ja, die Oberhausener, die werden von einigen als Geheimfavorit angesehen, eben aufgrund dieser Personalie. Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht dabei bin. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Oberhausen überhaupt gar keine Rolle um den Aufstieg mitspielen wird. Das liegt aus meiner Sicht darin, dass man eigentlich hauptsächlich eine gute erste Elf hat, mit elf ordentlichen Einzelspielern. Wobei man auch sagen muss, dass man mit Anton Heinz auf der linken Offensivseite ordentlich Qualität verloren hat, genauso auf der rechtsverteidiger Position mit Nils Winter. Die hat man meiner Meinung nach mit Ogojan Kefkir und Moritz Montag, der vom Wuppertal SV gekommen ist, nicht adäquat ersetzen können. Kefkir hat ja keine besonders gute Saison in Essen gespielt in der dritten Liga. Er ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch nicht der Topscorer im Vergleich zu dem Anton Heinz, der in der vergangenen Saison 17 Tore und sieben Vorlagen gezeigt hat. Also da bin ich der Meinung, dass sich Oberhausen deutlich verschlechtert hat auf diesen Positionen. Mit Stoppelkamp dafür haben sie natürlich einen ordentlichen Zugang in der Mitte, der jedoch am liebsten auf der linken Seite spielt, die eben von Kefke besetzt sein wird. Da sehe ich persönlich die Gefahr, und das hat sich wohl auch in den Testspielen schon gezeigt, dass Stoppelkamp sich dann auch häufig auf die linke Seite fallen lassen wird. Und dann ist die Mitte ein bisschen umbesetzt und die Sechser, Christian Merz und Fabian Holthaus, können das nicht wirklich, wie ich finde, dann auffüllen. Gerade auch mit fehlender Offensivstärke wird das dann ein großes Problem. Daher denke ich nicht, dass Oberhausen wirklich ein ernsthafter Aufstiegskandidat sein wird. Ich denke, dass die Oberhausener nach der etwas schwächeren vergangenen Saison froh sein können, wenn sie dann auch mit dem neuen Trainer Jörn Nowak, der ja bisher noch nie als Trainer gearbeitet hat, davor Sportdirektor bei RWO und RWE war, dass man da wirklich froh sein kann, wenn man so gerade in die Top 5 kommen sollte. Ich denke aber nicht, dass man ernsthaft die Chance hat, an den Zwei-Punkte-Schnitt, den man mindestens haben muss, um im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzusprechen. Ich glaube nicht, dass Oberhausen da wirklich rankommen kann. Ich denke, dass man auch in der Innenverteidigung zum Beispiel mit Niko Klaas zwar einen ganz guten Spieler hat, der vielleicht auch nicht das allerhöchste Regionalliga-Niveau inzwischen mehr hat. Also seine Leistung in den vergangenen Jahren war nicht mehr so stabil wie davor, als er ja dann auch im Endeffekt nach Braunschweig gewechselt ist in die zweite Liga. Man hat mit Ezek Wehm einen Spieler verpflichtet vom SC Verl, der in Homberg vor zwei Jahren ordentliche Leistung in der Regionalliga gezeigt hat, der aber auch von Anfang an in der dritten Liga ordentlich überfordert war, viele einfache Stockfehler gemacht hat, mit seiner Größe von knapp zwei Metern, natürlich in der Luft eine Macht, aber ansonsten denke ich nicht, dass man da qualitativ wirklich mithalten kann. Dazu hat man bei dem verletzungsanfälligen Kleinsorge eben genau das Problem, dass er eben sehr verletzungsanfällig ist und man hat auf der Bank mit Sebastian May und auf der linken Seite, beziehungsweise er könnte auch rechts spielen, mit Dennis Donkor, zwei Spieler, die in der vergangenen Saison nicht einen einzigen Scorer-Punkt gesammelt haben, die also keine gute Saison bei Oberhausen gespielt haben. Bei May muss dann natürlich dazu sein, dass er auch sehr viel verletzt war, aber insgesamt hat er eben nur knapp 450 Minuten gespielt, also noch nicht mal fünf Spiele insgesamt gemacht für Oberhausen. Ich denke nicht, dass der dann so durchstarten könnte, falls Kleinsorge wirklich wieder öfters ausfällt, so wie man es ja aus den vergangenen drei, vier Jahren ungefähr von ihm kennt. Deswegen glaube ich nicht, dass Oberhausen da wirklich ein ernsthaftes Wörtchen und Aufstieg mitsprechen kann. Deswegen habe ich sie mal so auf den vierten Tabellenplatz eingestuft erstmal, weil ich bei den zweiten Mannschaften sehr viel Adalas gesehen habe. Deswegen glaube ich nicht, dass die wirklich in den Aufstiegskampf mit eingreifen könnten, so wie das ja letztes Jahr so ein wenig Borussia Mönchengladbach 2 gelungen ist. Die ja dann auch wiederum ein paar Abgänge haben, wie zum Beispiel Kononas oder Steffen Meuer vorne. Von daher denke ich, dass Oberhausen ungefähr auf dem vierten Land wird, aber ich denke, das wird dann auch das höchste der Gefühle für Oberhausen in diesem Jahr sein. Ja, ich würde sagen, kommen wir dann zu Alemannia Aachen. Die haben ja durchaus sehr, sehr viele Neuzugänge sich verpflichtet, gerade auch Spieler mit Aachener Vergangenheit. Wenn man sich hier Nils Winter anschaut, Strujic auf der linken Verteidigerposition, Bastian Müller, der jetzt auch der neue Kapitän wurde, oder auch vorne mit Marc Brasnitsch, oder wen man noch auf der Bank hat, mit Sascha Marquet. Also ordentlich viele Spieler verpflichtet. Die Aachener gelten ja auch gemeinhin als absoluter Top-Favorit. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn man sich alleine mal die Scorer-Werte anschaut, der Spieler, die sie verpflichtet haben. Anton Heinz mit 24 Scorer-Punkten, Czepanik 10, Schaub 12, Wilms 18, Marquet 16, Brasnitsch 11 und Peter 27. Also da sind schon wirklich beeindruckende Zahlen dabei. Die Aachen haben allerdings aktuell ein wenig Verletzungspech. Deswegen ist auch beispielsweise hier auf der 10 nicht Sascha Marquet, den ich dort eigentlich als Stammspieler ansehen würde. Den habe ich jetzt hier nicht eingetragen, weil der noch eine ganze Weile ausfallen wird. Auch Kaspeters, der Top-Nord-Zugang im Sturm, hat auch noch gewisse Verletzungssorgen. Der wird möglicherweise auf der Bank sein. Allerdings wird wohl Mark Brasnitsch spielen, der auch eine starke Sommervorbereitung bisher gespielt hat. Auf der rechten Seite, da sehe ich noch gewisse Probleme, weil man, also ich habe jetzt hier erstmal Dustin Wilms eingetragen. Da ist aber auch Vincent Schaub durchaus ein ernster Kandidat, um zu starten gegen den WSV. Bei Schaub sehe ich das Problem, dass er in der vergangenen Saison vor allem auf der linken Außenposition gespielt hat, bei Rödinghausen. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob die rechte Flügelposition da nicht so ein gewisser fauler Kompromiss bei ihm ist, weil er auch bei Rödinghausen mit sechs Assists, auch mit guten Flanken aufgefallen ist. Die wird er dann vor allem natürlich am liebsten von der linken Seite schlagen. Deswegen habe ich da gewisse Bauchschmerzen, sollte da Dustin Wilms ausfallen, der ja bei Fortuna Köln überragende Saison eben gespielt hat, mit 18 Skoba-Punkten. Da sehe ich eine gewisse Schwäche. Genauso in der Innenverteidigung, muss ich sagen, weil sowohl Rumpf, der jetzt aktuell mit Muskelfaserriss noch ausfallen wird, als auch Uselak und Hanrads, die sehe ich persönlich nicht als das alleroberste Regionalliga-Niveau. Da habe ich gewisse Bedenken, gerade wenn es dann vor allem oft gegen Teams gehen wird, die defensiv sehr kompakt stehen, tief stehen. Wenn dann Aachen gewissermaßen aufgerückt ist, dann könnte es schon gewisse Probleme geben in der Defensive. Deswegen ist man auch aktuell, geht man davon aus, dass zwei klassische Sechser spielen werden, um diese Probleme gewissermaßen anzugehen, die man in der Sommervorbereitung auch zum Beispiel gegen Steinbach gezeigt hat, als man zwar nur in Anführungsstrichen, könnte man fast sagen, 4-1 verloren hat, da hätte es aber wohl noch ordentlich mehr Gegentore geben können. Da habe ich dann gewisse Bedenken einfach, dass die Mischung vielleicht nicht ganz stimmen könnte. In der Offensive hingegen hat man natürlich absolute Topspieler verpflichtet. Die Score-Werte habe ich ja gerade aufgezählt. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass man vielleicht ein paar Spieler zu viel verpflichtet hat, die einen gewissen Hype hatten, also die einfach eine extrem starke vergangene Saison hatten, bei dem man jetzt aber nicht weiß, ob sie die Werte auch wieder wiederholen könnten. Gerade wenn man bedenkt, dass man jetzt noch einen Sascha Marquet zum Beispiel nicht zur Verfügung hat auf der 10, der definitiv die Idealbesetzung bei der Alemannia wäre, der auch extrem torgefährlich ist, der auch als alleinige Sturmspitze spielen könnte. Dann mit Cepanik wahrscheinlich, weil Bappo noch einen gewissen Trainingsrückstand hat. Da sehe ich noch gewisse Probleme, auf die Alemannia zukommen. Ich denke, dass sie in erster Linie ein bisschen zu sehr darauf geschaut haben, dass sie große Namen verpflichten, die in der vergangenen Saison eine starke Leistung gezeigt haben. Könnte ich mir vorstellen, dass es da im Spielerischen gewisse Probleme gibt, dass das Anforderungsprofil an die Spieler vielleicht nicht so wichtig war, wie die tatsächliche Klasse, die sie in der vergangenen Saison gezeigt haben. Und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, dass ich die Aachener nicht als diesen großen Top-Favoriten, wie viele sie sehen, also dass sie praktisch schon aufgestiegen sind, dass ich sie so stark nicht einschätzen würde. Natürlich ist die Alemannia der Favorit auf dem Papier. Ich meine, habe die Score-Up-Punkte ja jetzt schon mehrmals vorgelesen. Das ist natürlich klar, gerade auch mit der Euphorie, über 6.000 verkaufte Dauerkarten. Beim ersten Spiel werden auf jeden Fall über 22.000 Zuschauer sein, möglicherweise auch noch 25.000, 26.000. Das hat sich ja beim letzten Mal gegen Essen vor acht Jahren inzwischen schon, hat sich das ja auch hochgeschaukelt mit den Zuschauerzahlen. Ich denke, dass das jetzt eh nicht sein wird, dass dann noch ein paar Tausend mehr kommen werden. Ich sehe aber wirklich das Problem mit der defensiven Absicherung. Ich bin von der Klasse der hinteren 6 insgesamt, außer vielleicht noch Nils Winter, wobei der auch vielleicht ein bisschen zu offensiv ist, bin ich nicht vollends überzeugt. Dafür hat man hingegen einen extrem starken Torwart, wie ich finde, mit Ion. Der hat wirklich klasse Leistung gezeigt. Auf Ersatzbank hat man jetzt auch noch mit Novakovic einen Spieler, einen Torwart, der gerade beim Aussettspiel bei Preußen Münster wirklich eine astronomische Leistung gezeigt hat. Da kann man auch gespannt sein, dass nicht vielleicht noch ein ernsthafter Zweikampf wird. Ich könnte mir mal wirklich vorstellen, dass die Alemannia mit der vielen Offensivpower und dem angekündigten hohen Pressing von Helge Hohl, dass das im Laufe der Saison zu gewissen Anpassungen führen könnte, die dann vielleicht die offensive Durchschlagskraft ja ein bisschen verhindern sozusagen. Also dass die Alemannia dann gewisse Probleme bekommen könnte gegen tiefstehende Gegner. Da hat man natürlich auch mit Anton Heinz noch einen tollen Standardschützen. Da könnte man natürlich damit auch gewissermaßen punkten oder mit Uselak, falls der wieder einen Freistoß aus 35 Metern reinhaut. Dennoch denke ich nicht, dass die Alemannia durchspazieren wird durch die Liga. Also dass es wirklich ein extrem harter Zweikampf vielleicht wird mit dem Wuppertal SV, zu dem wir gleich noch kommen. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass die Alemannia am Ende die Erwartung nicht ganz erfüllen kann. Man muss eben bedenken, dass es das erste Jahr mit dieser Mannschaft ist, dass es extrem viele Neuzugänge sind. Also wenn man einfach mal hier durchgeht, Winter, Strujic, Hanraaz hat man schon drei mit Rumpf, der eigentlich spielen soll. Da hat man vier Neuzugänge mit Wastja Müller, den fünften, Wilms, Cepernik, Heinz, Krasnitsch. Also bis auf Baum und John ist da eigentlich die gesamte erste Mannschaft neu. Die Startelf. Von daher sehe ich da auf jeden Fall mehr Probleme, auf die Alemannia zukommen, als viele andere vielleicht im ersten Moment vermuten würden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Aachener am Ende nicht auf den ersten Tabellenplatz schätze. Ich denke, sie werden am Ende mit Rödinghausen, zu denen wir jetzt kommen, sich um den zweiten Platz am Ende streiten. Und ja, habe da gewisse Bedenken, bin aber auf jeden Fall extrem gespannt, würde mich freuen, wenn die Aachener den Aufstieg schaffen. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum SV Rödinghausen. Die wiederum haben, im Gegensatz zu Aachen, die vielleicht mit Mause einen wichtigen Abgang hatten, die haben durchaus mehr Spieler noch verloren, haben mit Macheta den besten Stürmer verloren, mit Schaub den besten Flügelstürmer. Das sind natürlich schon relativ schwerwiegende Abgänge, haben dazu auf der Torhüter-Position, was einigermaßen bemerkenswert ist auf jeden Fall, zwei Torhüter verloren. Davon mit Thiago Esteva auch den Stamm-Torhüter. Beide Torhüter sind für eine Ablöse zu höherklassigen Klubs gewechselt. Und da darf man gespannt sein, wie sie denen, diese Verluste im Endeffekt kompensieren werden. Ich habe mal hier die Ausstellung, die zum Großteil aus dem letzten Testspiel, dem 8-0-Erfolg gegen Meppen, resultiert. Habe ich mal hier einsortiert. Da hat man im Tor eben mit Albas, der dort gespielt hat, allerdings auch mit Haßmann, denke ich, ordentliche Alternativen. Also gerade Mathis Haßmann hat bei S.O. Meppen in der dritten Liga, wenn er mal gespielt hat, wirklich ordentliche Leistung gezeigt. Also da könnte ich mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, dass er starten wird. Man hat in der Innenverteidigung mit Hippe einen Rückkehrer. Dazu werden wir auch des Öfteren heute noch kommen. Sie haben einige Rückkehrer, die Rödinghauser, der bei Dortmund 2 damals in der Ausstiegssaison oder auch bei Lautern, wenn er mal ab und zu in der Drittliga-Ausstiegssaison gespielt hat, durchaus ordentliche Leistungen gezeigt hat. Gerade eben bei Dortmund 2 in der vierten Liga. Also man weiß ziemlich genau, was man bekommt. Man hat natürlich mit Daniel Flottmann, der inzwischen 38 Jahre alt ist, einen absoluten Veteran, der auch Kapitän der Mannschaft ist, der als Leitwolf agiert. Mit Patrick Koroba, ein Rechtsverteidiger, der schon 2020 mit dem SCV aufgestiegen ist, der ein wirklich abgezockter Spieler ist, der genau weiß, wie man Einwürfe oder auch Freistöße ziehen muss. Auf der Doppelsex ist man an sich sehr gut aufgestellt, wenn denn Kevin Hoffmeier dann auch fit wird. Der wird mit seinem Kreuzfahrtriss noch ungefähr bis Anfang November ausfallen. Man hat mit Dino Bayritsch und Alemannia Aachen einen der aus der letzten Saison besten Spieler von Aachen verpflichtet, der auf der 6er-Position definitiv den Konkurrenzkampf anheben wird. Mit Marco Hober, einen starken Spieler, der bei Dortmund 2 schon in der Aufstiegssaison 2021 wirklich starke Leistung gezeigt hat. Einer, der sich im Aufbau immer tief fallen lässt und die Bälle extrem sicher verteilt. Und man hat vor allem mit Datschei einen extrem starken Spieler, wie ich finde, zurückgeholt, der damals bei Rödinghausens Meisterelf 2020, man hat ja den Aufstieg, also die Lizenz nicht beantragt für die 3. Liga, wirklich extrem starke Leistung gezeigt hat. Hat jetzt zuletzt beim SVL-Wassberg nicht mehr so oft gespielt. Deswegen, ja, muss man da natürlich abwarten, aber sein linker Fuß damals war wirklich schon durchaus eine Augenweide. Kann auch extrem gute Standards schießen. Wo ich das größte Problem bei den Rödinghausern sehe, ist die Qualität auf den Flügeln Position. Da hat man mit Kurzem jemanden, der in der letzten Saison 10 Scorer-Punkte gesammelt hat, mit Sarf jemanden, der nur um die 6 gesammelt hat und dahinter hat man keinen wirklich zuverlässigen Scorer auf der Bank mit fairen, sehr spannenden Spieler, was das athletische Profil angeht, der bei Wegbeck durchaus gute Ansätze gezeigt hat. Allerdings, ja, fehlt da so die letzte Qualität, weswegen ich nicht glaube, dass Rödinghausen trotz der Rückkehr von Simon Engelmann, der von Rot-Weiß-Essen zurückgekehrt ist, der natürlich immer für 20, 25 Tore noch gut ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass man da wirklich, ja, diesen ersten Platz dann auch wirklich attackieren kann. Man sollte aber dennoch die Rödinghauser alleine auch aufgrund der Trainerpersonale Kastenrum, den ich für einen extrem talentierten Trainer halte, der gezeigt hat in den vergangenen Jahren, dass er auch zu sehr guten taktischen Leistungen fähig ist, wenn ich da an das Pokalendspiel gegen Preußen Münster denke vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Deswegen glaube ich schon, dass die Rödinghauser wieder wie immer eigentlich ein extrem, extrem unangenehmer Gegner sein werden, dass sie vielleicht auch an den Zwei-Punkte-Schnitt kratzen können, den man auf jeden Fall benötigen wird für den Aufstieg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sobald vor allem Verletzungsprobleme auftreten sollten, dass die Rödinghauser wirklich dann, ja, das qualitativ ersetzen können. Und dass sie eine konstant richtig herausragende Saison spielen, das glaube ich eben nicht, dass es dafür reichen wird. Dennoch sehe ich sie ungefähr auf Augenhöhe, also mit der Alemannia. Das heißt nicht, dass ich jetzt glaube, dass die Kader qualitativ gleich sind, das definitiv nicht. Da ist Aachen natürlich klar vorne. Ich denke aber, dass die Eingespieltheit dazu mit dem starken Trainer Carsten Rump und mit dem Topscorer Simon Engelmann, dass das durchaus erfolgsversprechend ist, dass man vielleicht länger oben mitspielen kann, als man denkt. Ich denke aber, am Ende wird sich die höhere Qualität der anderen Klubs dann doch durchsetzen, dass man dann eher davon profitiert, wenn dann zum Beispiel der WSV oder im Aachen doch nicht ganz das sportlich erreicht, was man sich jetzt aktuell erwartet. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Rödinghausen dann doch gefährlich werden könnte, aber aktuell denke ich nicht, dass sie wirklich ernsthaft ein Kandidat sind, um diesen 2,1er-Schnitt, 2,2er-Schnitt, den man auch am Ende wahrscheinlich wieder brauchen wird für den Ausstieg, dass sie den wirklich dann mit einer konstant guten Saison einfahren können. Kommen wir dann zum Abschluss, zu meiner Meinung nach Top-Favoriten auf den Ausstieg, also aus sportlichen Gründen, weil ich eben beim WSV nach den zwei verpassten Anläufen in den vergangenen Jahren durchaus sehe, dass sie aus den Fehlern, die sie bis dahin hatten, gelernt haben, dass sie den Kader qualitativ besser aufgestellt haben. Wenn man sich die Abgänge anschaut, hat man natürlich zwei extrem bittere Abgänge, die man auch qualitativ so nicht 1-1 ersetzen kann, mit Markus Stiepermann, der jetzt Spielertrainer in der Oberliga geworden ist beim ASC Dortmund, mit C.R. C.M. Güler, der auch jetzt bei Rostock eine extrem gute Vorbereitung gespielt hat und auf jeden Fall überzeugt hat. Da hat man natürlich extrem viele Scorer-Punkte verloren, auch wenn natürlich Stiepermann am Anfang der vergangenen Saison durchaus Probleme hatte beim WSV, aber das war natürlich nachher dann ein extrem gutes Duo mit den beiden vorne. Man hat mit Bastian Müller jemanden auf der Sechs verloren, den ich sportlich gar nicht mal als sonst schlimmen Abgang sehe, den hat man denke ich auch ordentlich ersetzt, dazu kommen wir gleich. Moritz Montag hat man ja freiwillig abgegeben auf der rechten Verteidigerposition, da hat man sich denke ich auch mit Itter durchaus verbessert. Und ansonsten hat man sehr viele Spieler hier abgegeben, gerade wenn man hier schaut mit Rama, Königs und Al-Hai-Sameh und auch Roman Prokopf, der nicht geblieben ist, den sehen wir hier unten, da hat man vor allem ältere Spieler ist mal losgeworden, die nicht mehr die Leistung gebracht hat, die man sich vielleicht auch gewünscht hat, die sicherlich auch finanziell in den Verträgen so aussah. Von daher denke ich, dass man aus diesem Fehler gelernt hat, dass man sich mit jüngeren Spielern, mit hungrigen Spielern verstärkt hat. Wenn man sich das mal anschaut, hat man hier einerseits mit den extrem erfahrenen Benchop und Dams, zwei gute Zugänge, wie ich finde, gerade Niklas Dams, der auch in der Ausstiegssaison von Dortmund 2, also da sind einige wieder zugegeben in die Liga gekehrt, wie man merkt, hat man jemanden, der extrem sauber im Passspiel ist, der extrem ruhig am Ball ist und einfach, ja, im Prinzip ein Prototyp in der dritten oder vierten Liga von Mats Hummels ist sozusagen oder eine Kopie. Wenn man Mats Hummels Spielen gesehen hat, weiß man im Prinzip auch, wie Niklas Dams spielt, also sie sind sich wirklich extrem ähnlich. Mit Marcetta und Benshop hat man eben zwei wirklich gute Spieler verpflichtet für den Sturm, dazu komme ich gleich nochmal näher. Mit Saric ein Rückkehrer, der bei Offenbach nicht ganz glücklich wurde nach dem Trainerwechsel dort oder nach dem mehreren Trainerwechsel ja tatsächlich, der aber beim WSV damals wirklich gezeigt hat, warum auch drittligisten Interesse an ihm hatten, kann auf der linken Offensivseite spielen, aber auch auf der 10. Mit Tim Korzuschek hat man einen interessanten Spieler verpflichtet, von Alemannia Aachen, der offensiv sehr viele Positionen spielen kann, sowohl auf der 8, 10 als auch rechts oder links vorne. Mit Bullut hat man von Ahlen jemanden verpflichtet, der gut immer von der Bank für Wirbel sorgt, mit seinen vielen schnellen Bewegungen, mit Phil Beckhoff, einen Spieler, den ich sehr interessant finde, der hat ja damals bei Wiedenbrück eine extrem starke Hinrunde damals gespielt, vor allem, war an extrem vielen Toren direkt beteiligt, hat viele Tore geschossen, der hat jetzt auch in der Vorbereitung schon oft gezeigt, dass er derjenige ist, der dann durchstartet, der zum Beispiel die Kopfballverlängerung dann in den Lauf bekommt oder auch den Pass in die Tiefe und vor dem Tor oft wirklich cool geblieben ist, also ordentlich viele Tore gemacht hat. Mit Mert Göttkan hat man außerdem noch einen, ich glaube sogar Kapitän von Düsseldorf 2 verpflichtet, als linken Verteidiger, erfüllt auch noch die U23-Regel, also auch ein wirklich cleverer Transfer und mit Steve Tunga noch einen erfahrenen defensiven Mittelfeldspieler, der sich wohl auch in der Vorbereitung sehr gut gemacht haben soll und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch mal so die Aufstellung an, da hat man wirklich ein paar interessante Personalien, wie ich finde und auch eine sehr interessante taktische Herangehensweise, die ich so den Highlights aus dem Spiel gegen Steinbach dann auch entnehmen konnte, nämlich hinten mit der Dreierkette Pitlick, Schwerst und Dams, die dürfte auch absolut gesetzt sein, wirklich eine sehr starke Infratale, gerade Schwerst und Pitlick sind jetzt auch schon einige Jahre beim WSV und mit Dams hat man da denke ich auch eine sehr gute Ergänzung gefunden. Dann spielt man mit Itta als rechten Verteidiger, als rechten Außenbahnspieler, der sich immer wieder auch ein bisschen tiefer gegebenenfalls fallen lassen kann, sich anbietet, aber auch sehr weit nach vorne geht, es kommt dann immer so ein bisschen auf die Spielsituation an, mit Deming beziehungsweise Peitz, der aktuell noch verletzt ist und auf der linken Seite mit Pires beziehungsweise Tunga, hat man auch eine ordentliche Qualität auf der Sechs, da sehe ich keine großen Probleme auf Wuppertal zukommen, gerade mit Pires Rodriguez hat man ja auch einen Spieler, der wirklich extrem spielstark ist, der gute Standards schießen kann, der ein extrem sicherer Elferschütze ist, also da bin ich der Meinung, dass man da sogar definitiv besser besetzt ist, hier hinten insgesamt als Alemannia Aachen. Auf der linken Seite hat man mit Kevin Hagemann jemanden, den man ja schon sehr, sehr lange aus der Regionalliga kennt, der jetzt aktuell wohl so ein bisschen die Schiene hier bespielt, also sich dann im Spielaufbau, wenn zum Beispiel Dams den Ball hat, auch ein bisschen fallen lässt, sich anbietet, ein bisschen rumwirbelt, den Ball wieder verteilt und wieder weiter nach vorne geht, darf man auch gespannt sein, ob der WSV so durchgehend spielen wird und dann hat man eben vorne mit Saric und Korzuschek zum Schluss oder zuletzt und auch mit Beckhoff-Spieler, die sich dann häufig in die Mitte fallen lassen, um anspielbar zu sein, um dann hier vielleicht einen Doppelpass mit dem Außen anzubieten oder aber auch sich nach Außen fallen lassen, je nach Spielsituation. Gerade mit Beckhoff hat man da einen sehr interessanten Spieler, eben wie gerade angedeutet, der gezeigt hat, dass er dann oft auch in die Tiefe startet und gefährlich vor dem Tor auftaucht, eiskalt im Abschluss ist, also ich denke, da hat man sich sehr, sehr gut verstärkt. Die Rolle passt auch, denke ich, sehr gut zu den Beinen vorne oder zu den Dreien. Und im Mittelsturm hat man dann natürlich mit Marcetta jemand, der in der letzten Saison bei Rödinghausen eine sehr gute Saison gespielt hat, jemand, ein Wandstürmer, der gut die Bälle ablegen kann. Und mit Charlize Benchhoff hat man natürlich einen extrem erfahrenen Spieler verpflichtet, der schon bei Fortuna Düsseldorf oder Hannover 96 auch Zweitliga- Bundesliga-Luft geschnuppert hat, wie man immer so schön sagt, der auch in der Vorbereitung gezeigt haben soll, dass er wirklich mit seinen 33 Jahren noch nicht am Ende seiner Karriere sozusagen ist, also nicht am Ende seines Leistungsvermögens, noch nicht über den Zenit hinaus. Der soll wohl immer noch relativ schnell sein, also trotz seines Alters noch kein Roman Prokop oder Marco Königs, die da körperlich schon ordentlich nachgelassen hatten. Da darf man gespannt sein, gerade mit seiner Fähigkeit auch als Wandstürmer, er ist ja extrem ein extrem breiter Spieler oder einem extrem starken Körper könnte man sagen. Also der wird da auch die Bälle ordentlich festmachen. Ich denke, dass dann immer einer von beiden noch spielen wird, am Anfang vielleicht noch Macheta, weil der am Anfang der Vorbereitung mehr, oder schon am Anfang der Vorbereitung dabei war, mehr Inhalte mitgemacht hat. In Benchhoff hat man dann eine sehr gute Einwechseloption. Und ja, insgesamt glaube ich, dass der Wuppertaler SV nach den zwei bisherigen Anläufen, die man so hatte, als man immer so zu den Top 3 gehört hat in den vergangenen Jahren, dass man jetzt aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt hat, dass man die etwas älteren Spieler, die nicht mehr die Leistung gebracht haben, dass man die clever ersetzt hat, auch mit durchaus älteren Spielern, eben mit Dams und mit Benchhoff, allerdings auch mit jungen, schnellen und dynamischen Spielern wie Saric, Beckhoff oder Korzuschek. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der WSV aufsteigen wird am Ende der Saison. Das wird natürlich noch ein bisschen sozusagen erschwert, dadurch, dass man am Anfang der Saison ja nicht im eigenen Stadion spielen wird, da wird man ja glaube ich die ersten acht Spiele ungefähr, vielleicht waren es nur die ersten acht Spieltage, ich glaube sogar die ersten acht Heimspiele wird man ja in Fellbad vor allem austragen, ist allerdings auf der anderen Seite auch ein extrem guter Rasen auf der Anlage, also das dürfte den Wuppertalern durchaus zulegen kommen. Das war ja in vergangenen Saison oder in vergangenen Jahren immer ein Problem, Richtung Winter, der Rasen am Stadion, am Zoo, der war dann wirklich ja mehr in der Ackerwiese, das kam den Wuppertalern natürlich dann auch nicht immer zugegen, deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass sie am Ende der Saison den Aufstieg schaffen, es wird natürlich ein enges Rennen, gerade mit Rödinghausen und Aachen, die ja teilweise entweder extrem eingespielt sind oder mit Aachen natürlich extrem gut auch bei Verletzungen nachlegen können, da hat man natürlich schon ernste Konkurrenten auf jeden Fall, es wird kein so dominantes Rennen geben wie in der vergangenen Saison mit Preußen-Münster, davon bin ich absolut überzeugt, allerdings glaube ich am Ende, dass eben die Eingespieltheit vom WSV den Aufschlag gehen wird. Ansonsten war es das mit dem Video, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Aachner nicht so ganz erfreut über meine Meinung sein wird, aber lasst mir gerne auch eure Meinung da und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.